ein erster in der verberkommensmatte leute er könnte es oberhalb der trippe sein kann von der treppe zur küche wir haben uns einfach gegenseitig geholt das kann doch nicht wahr sein der back ist verletzt nicht ganz schnell im raum einfach durch die flüge einfach durch den flur durch rennen ich bin ich dachte du wärst da vorne noch gewesen ich hab gesagt einfach den flur durch rennen was machst du schaust in den raum das war richtig schwer das ist klärt er sollte vielleicht schon noch in wenn er in den frost voller geht nicht ich wusste nachdem irgendwo muss da oben sein wie so ein mehsack der einfach umfällt alter ich liebe frost ne auf dieser map bin ich mit frost echt op ich bin hier allein im raum ich bin ja ich bin ja es ist jetzt die frage ja macht einfach du musst hier umgreifen machen jetzt ich bin so ein idiot ich weiß so schön bringen sie jetzt mal irgendwo um wo hat er schon gecampt weiß ich auch nicht ich wollte mich fressen heil dich chris gib dich spritz Leute das hast du 20 HP extra jetzt nochmal jetzt noch ne das Spank X man hat noch 120 Entschuldigung ich hab beim Twitch-Fort verkackt aber ich musste gerade zu sehr lachen aber der Aknangack hab ich nicht geschaut war der Schild der Serie da kommt der an wie so ne Pressmuster raus weißt du wer hat das Schild dahin gestellt damit da niemand durchkommt ich aber der fetteste Typ kriegt da einfach durch weißt du dich selbst ja ich hatte ja Kapkan ich hatte den fettesten Typen den es hier im Spiel gibt die größte Kante breiter zur Tür stehe und kommt trotzdem durch oh god der 400 Kilo man scheiii ich tue es extra und shit da kommt keiner durch plötzlich so dreh ich mich um tut es wieder von drunter herkriechen und dann läuft der da rum wird von Glas umgebracht äh laseraum klebes lese Sprüge oh ne ich bin anderthalb blöd Chris links was war das denn danke was da ist auch noch weg was da ist auch noch weg was da ist auch noch weg danke danke immer schön weiter diese Infos geben das ist ein guter Call gewesen zwei gute Calls weißt du du hast dich du hast den Cam hinter mir du guckt du hast den Cam hinter mir sehr gut Ich habe einen Begriff. Ich hatte eine Sprechung. Ich habe gedacht, dass ich das mache. Aber ich habe einen Schwer. Der ist der Mann, der es ist mir. Die wollen uns. Der ist der Mann, der es ist mir. Der Verstöger ist eine Sprechung. Der ist der Mann, der ist mir. Der ist nicht der Mann. Das ist nicht der Mann. Der ist der Mann von der Hälfte. Hier Glas ist unten Nice 1 HP Hier Hier Ich sehe Ich sehe Was? 10 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden Wtf Above Ashes 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 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden 5 Sekunden Ah, sie ist in der Drohne Vielleicht runter springen bei ihr direkt Direkt über ihr Runde vielleicht? Ja, berhauf Ich will erst mal wissen wo die Drohne ist So Ich habe die Drohne Ich habe die Drohne Ich habe die Drohne Auf Ich habe sie Ich habe sie gesehen Auch Ja, sie war da auch Wenn ich Woh 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 Ich habe vorher wieder zersteckt Wir Woh Woh Wir wollen auch noch ein paar Ja Was haben die gemacht? Krass 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 Ich würde dir gerne helfen kommen. Nein, 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 ich versuch mal was. Jetzt geht es bei mir. Ey, wieso überlebe ich das? Bei mir jetzt. Jetzt habe ich das überlebt. Bei mir, wenn, ja, ich weiß nicht, ob ihr mich holen wollt. Alex, pass aufs Fenster auf. Jetzt habe ich das überlebt. Ich glaube, da kommt jemand rein. Michi, kannst du killen uns gleich? Gleich, nach der Runde. Meint ich auch gleich. Bei mir am Fenster? Keine Ahnung. Ich wurde enttackt. Ja doch, bei mir am Fenster. Wurde schon wieder enttackt. Ich gehe mal langsam reinkommen, ich werde nervös. Okay, da ist aber noch irgendwo eine Frost angeblich. Da soll noch jemand sein. Und noch einer und noch. Ach, das ist der. Wie lange ich die Autopumpen zu treffen? Auf Rostestown. Ja. Hinter dem Schrank muss einer sein, oder? Ich treu nicht. Ach Michi, warum hast du nicht aufgemacht? Alex, wir müssen rein. Alex, wir müssen rein. Alex, wir müssen rein. Alex, wir müssen rein. Komme. Nein. Nein. Ich war gerade dabei nicht dran. Nein. Da liegt der. Christa liegt eben. Auf Tisch. Nice. Ja, zum Glück habe ich noch rechtzeitig aufgemacht. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, ne? Ne, ich habe auch nicht gedacht, dass es noch rechtzeitig aufgeht. Ich habe voll die Zeit verpasst, ne? Spaß. Du solltest keinen Sparwitz haben. Achso, soll ich mal einen Witz erzählen? Nein, nein. Okay, also. Also, es stand zwei auf der Brücke. Oh, wie lustig. Nein, nein, das ist noch gar nicht in uns. Scheiße. Mann, ist egal. Ich bin gegangen. Scheiße. Das war noch nicht der Witz. Es standen zwei auf der Brücke. Leute, wie muss das Schild nochmal gesetzt werden, bitte? Also, es standen zwei auf der Brücke. Einer hatte fünf Euro dabei. Das war der Witz. So ein Sparwitz. Also, es standen zwei Euro dabei. Das war der Witz. Und ich habe nur noch mehr Zeit für den Witz. Die Witz. Letzter